jo hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen runde skitec ja und ich werde heute mal ich bin ja letztens schon irgendwo rum geflogen ich muss erstmal gucken wie viel überhaupt mein jetpack noch hat noch 18.000 ja da kann ich ja noch ein bisschen im norden gucken hier mal war was hat denn da für ein vieh das komische bastarde da die den hol ich mir erstmal der muss jetzt sterben der muss jetzt hart drauf gehen der junge das war wieder zu erwarten sehr sehr einfach ein eigentlich also ich bin hierhin da drüben würde ich ja irgendwie noch gerne gucken die wollen mich jetzt bestimmt töten aber wir wissen ja zum glück nicht wo ich bin das ist gut ich schaue mich mal hier so ein bisschen um was hier so rumlungert für mich so 17.000 habe ich noch und ich brauche ja noch ein bisschen was für nach hause weg ne so kann man ja hier ist ja nicht so besonders viel zu holen irgendwie gerade ne zwischen paar hühner die ich hier töten kann stirbhuhn sind hier unten hier sind ja noch reichlich rohstoffe die ich einfach mal sammeln kann kohle brauchen auf jeden fall viel für die solar generatoren wenn wir unsere jetpacks oder aufladen wollen und ich weiß noch gar nicht so richtig was ich hier bauen soll eigentlich im moment an technik weil ich bin so ein bisschen erschlagen von den ganzen mods ich fahren jetzt erst mal ein bisschen rum bis irgendjemand eine gute idee hat quasi was man denn jetzt am besten baut so tschüss schreiben habe ich jetzt keine zeit ich muss jetzt hier fahren mehr ich habe schon schon gedacht die wären jetzt wieder irgendwo bei uns und würde uns töten ja aber nix da so kupfererz nehme ich natürlich auch mit wenn ich es gerade hier so sehr eine essence braucht man jetzt eigentlich für nicht so viel ne so 17.000 habe ich noch damit soll ich nach hause kommen jetzt natürlich purple leaves und die silverwood leaves so hier lang geht es nach hause glaube ich ne so grob die richtung da schwebe ich mich mal hin das sollte ich eigentlich schaffen mit meinen 16.000 hier und hier ist ja alles eine brachiale große landmasse das ne also da gehe ich auch laufe ich auch nicht gefahr irgendwie runterzufallen weil der jetpack auf einmal leer ist ne also so ja nicht da habe ich ein raw joust meat da muss ich mir erst mal erst mal gleich in den ofen schmeißen mal gucken wie das schmeckt so von so komischen viechern ohne arme und so mit vier beinen egal so wo sind wir denn hier jetzt sind wir hier und da unten hat irgendjemand schon anscheinend was gebaut oder vertue ich mich wo sind wir denn hier überhaupt ich weiß gar nicht klim left the game okay jetzt bin ich glaube ich alleine ne ja jetzt kann mir nichts passieren so und die tode wurden ja zurückgesetzt und damit sind wir nicht mehr letzte aber ich bin ja auch schon so oft gestorben das ist eigentlich ganz gut dass es zurückgesetzt wurde weil ich bin ja schon ein paar mal blöd quasi gestorben da also okay aber ich fliege mal schnell zurück hier nach hause und guck dann mal was ich mir so geiles grafen kann weil so ein solarhelm der wäre schon nicht schlecht wenn dann könnte ich ein bisschen länger unterwegs bleiben so okay das ist die startinsel da unten glaube ich ne ja hier bin ich eine von der startinsel entfernt der sollte man immer so schnell fliegen da gibt es bestimmt noch jetpacks wo man nach vorne schießen kann so hat wettig okay da ist zu hause das haben wir mit meinem 11k doch locker hin und das sind schon mal vier solar kollektoren die kann ich ja schon mal nehmen eigentlich ne da über uns wohnt der mail hier ist unsere weizen farm das die brücke darüber okay so was ist denn hier los habe etwas mit fleisch genommen daloo early sorry weil überfall und missverständnis also müssen muss ich jetzt alles wieder aufbauen hier da wart der so eine scheiße okay electric furnace und den mace rater den weiß ich noch wo die waren so draußen fällt gerade irgendeine eisenstange runter sind da los und der furnace war hier unten so ist hier aber drin in dem scheiß hopper crushed uranium das kann man wahrscheinlich nicht hier durchballern aber das hat ihr basic machine casing kann man auch nicht dadurch ballern dass das noch da drin lag so haben die gar nicht mitgenommen oder was komisch komisch okay das eisenerz brate ich erstmal hier durch so das lasse ich mal alles hier und jetzt gucken wir doch mal was der solarhelm mich so kostet solar helmet low voltage medium voltage high voltage kostet der denn der kostet 1 medium voltage und das sind acht von denen unseren mv transformer und hier brauche ich nur einen lv transformer und 8 solar panel dafür 8 generatoren und 8 eisenöfen was ist denn hier los okay acht eisenöfen fangen wir doch mal damit an so ist hier noch was drin eisen natürlich nicht nix mehr weißt du haben die bestimmt alle wieder eine tasche aus angst hier das alles weggenommen wird das ist echt sowas von nervig ach doch da kann man eisenbarren so wo ist der hammer hammer hat der peter alle kaputt geschlagen deshalb muss ich jetzt noch einen neuen machen toll so neuen hammer okay dafür brauche ich den eisen furnace der besteht aus fünf eisenplatten und einem furnace also muss ich so acht mal 40 stück machen von den eisenplatten schon alleine so ok eisenplatten und was war noch dann ein furnace unten drin dazu bräuchte kobbel der sollte eigentlich hier so sein ja ist auch dann kann ich mir direkt mal acht furnaces machen das geht ja ganz einfach hier nicht so zack und schon hat man acht furnaces okay den schmeißen mal hier hin dass dahin so acht okay jetzt brauche ich generatoren dafür brauche ich noch mal eisenplatten drei pro das reicht nicht scheiße aber hier kommen ja gleich noch welche hier müssten doch eigentlich auch schon welche durchgelaufen sein da noch mal eisenbarren sotale so neun stück brauche ich eigentlich nur ne oder was war das jetzt für den generator brauchte ich ach so und noch batterien auch noch okay also tin item casing was haben wir doch noch hier irgendwo ne der peter sich bestimmt alles unter den nagel gerissen hier oder ist bei dem überfall alles abhanden gekommen oh scheiße geht geht jetzt hier mit weg okay äh oh lol die hätte ich sogar hier gehabt noch die normalen furnaces okay dann brauche ich zinn hier komme einer ja geil ey es wird scheiße ist hier wieder kein zinn oder silver gold copper so scheiße jetzt muss ich erst wieder farmen gehen hier ey kann es doch wohl echt nicht sein ne okay ich nehme aber alles mal mit so gehen wir hier runter auf welcher höhe sind wir hier eigentlich 35 und ich schlage mich jetzt hier einfach mal so schräg runter rein so hoffentlich bin ich hier nicht zu weit am rand da ich irgendwie so nah nach unten komme und ich brauche zinn freunde nicht scheiß kupfer kupfer haben wir genug aber ich nehme natürlich trotzdem mit wäre jetzt verschwendung ne wenn ich es nicht mitnehmen würde ne so äh apropos verschwendung ich habe da oben noch zuckerrohr angebaut gehabt das weiß ich wohl noch ähm oh so und das ist ja wahrscheinlich schon komplett hochgewachsen ja ist es oder fast komplett hochgewachsen deshalb das hebe ich mal alles auf ne so toll das hätten wir alles wie viel haben wir denn da 10 ist jetzt auch nicht so die macht aber damit kommt man zumindest schon mal ein bisschen weiter so wo war ich denn jetzt gerade äh hier habe ich mich eben runter gegraben einfach glaube ich näher gucken wir erstmal wo hier unten ist so okay hier ist unten hohohoho und hier sind ja auch schon Gänge guck mal hier ist noch Kohle dafür oh boah gut dass ich ein Jetpack habe alter hohoho pfiu das war jetzt close ey sehr close ne so wird da nix ich muss da wieder zumachen dann hier aber hier ist schon sehr 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 tief also okay ich gehe einfach mal in ein äh so zwei drei Block versetzt weiter nach hier und grab hier einfach oh da ist auch schon wieder nur der Tod wartet da auf mich so dann machen wir es halt so guck mal Redstone ich level hier wieder schön ab so an welcher Höhe bin ich denn hier 29 immer noch ach ich will auch hier raus äh okay guck mal was sich hier so findet weil ich brauche ach ist das nervig ey hier unten unten alles Hohles ist doch scheiße so okay jetzt graben wir uns hier mal weiter gucken mal was uns hier noch erwartet da ist noch Redstone und somit die schön verbundene XP ne nehme ich natürlich mit so das hätten wir alles ähm das knall ich noch weg hier ich brauche komm ich brauche jetzt Zinn Freunde Zinn Zinn wäre richtig geil so was hat denn hier ist das Zinn ne Nickel scheiße gib mir doch jetzt hier ein bisschen Zinn ey hier ist Clay was ist das was steht denn hier Mining Turtle okay dann geh ich mal hier hin wohl ne wenn die Mining Turtle da hingegangen ist geh ich mal hier hin so Zinnerz komm noch ein bisschen mehr oh das war jetzt schon wieder zwei Zinn erz jetzt im Ernst Freunde ich brauche mehr davon viel mehr viel mehr brauche ich das kann so nicht sein ey auch wie ich hier schon wieder am Stuhl hänge ich muss hier mal ein bisschen ein bisschen Haltung annehmen ey boah das hier aber auch nix ist ne ich habe auch so ein Pech gerade so ich muss gleich auf jeden Fall zu Hause auch meinen Jetpack laden was ist das denn hier Salpetererz Eisenerz Eisenerz hier ist nochmal schön Eisen das ist gut haben wir zwar noch viel von aber ich glaube da braucht man auch relativ viel von so nehmen wir auch noch mit die beiden auch noch okay guck mal Golderz jawoll eins ne zwei das war schon wieder toll ich will mehr Freunde ich brauche mehr Erze da Zinnerz ja zumindest schon mal vier so und jetzt grabe ich mich weiter hier so in diese Richtung sag ich mal hier Lapis gibt auch mal richtig gut XP das halt immer schön mitnehmen ne bin ich voll oder was jo ich bin voll könnt ich den mal wegschmeißen hier so Dirt nehmen wir lieber den guten Lapis mit oh Erde habe ich schon wieder aufgehoben dann ja egal so weiter in dieser Richtung hier ich hoffe ich brauche ich finde noch ein bisschen Tin wie viel habe ich jetzt bisher sechs das reicht bei weitem ich brauche viel mehr noch ähm deshalb grabe ich mich mal weiter hier in diesen Stollen rein Eisen oh 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 Lava ne den wollte ich nicht weg machen ich wollte eigentlich da drin den zu machen so komm geh weg geh doch weg jetzt Lava dankeschön ey so Cinnabar 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 ich könnte schnell hier so den kann ich jetzt nicht aufheben oder was dann schmeiße ich doch mal hier das getrocknete Fleisch weg und den einen Dirt dann soll der mal schön hier den Lava Eimer aufheben kann man besser gebrauchen okay weiter geht es hier lang da ist nochmal da ist nochmal 10 Erz ne Silberscheiße ich brauche doch 10 später brauchen wir bestimmt alles andere deshalb nehme ich das lieber mit Lapis so komm geh mal schön her den ganzen Lapis da okay gucken wie lang die Insel so tief bleibt so auf welcher Höhe bin ich denn hier hier bin ich Höhe 26 und eigentlich könnte ich ja mal gucken ob ich hier noch ein bisschen runterkomme ne oh guck mal da ist schon mal der Ende Nickel Erz so schweben wir mal gekonnt drüber über den Abgrund Nickel wollen wir ja mitnehmen okay dann bauen wir lieber mal hier oben weiter wa würde ich sagen hör mal wo war ich denn war ich gerade hier ja ich war gerade hier so dazu dazu okay was war das denn draußen wird einer am Hupen hier ey manchmal hört es das durch die ganzen Scheiben so an als wäre jetzt dieses Enderman in der Nähe aber eigentlich hier in dem Stollen kann er mir ja nicht viel tun ne solange der nur 2 breit ist aber ich habe ja 3 breit hoch könnte sich wirklich hier rein verirren der der böse böse Enderman und äh ja ich finde hier nix da ein bisschen Gold wieder da ist 10 jawohl 10 3 ne nur 3 Stück toll ey ja komm gib noch ein bisschen XP her soll ja zumindest ein bisschen lohnen der ganze Trip hier ne jetzt habe ich 19 da ist noch eins geil 19 okay weiter ich bin auf einer heißen Zinnroute hier also hier ist ja doch schon ja im Gegensatz zu dem was man bisher gesehen hat schon relativ viel ne aber ich bräuchte mal so eine richtig fette Zinnader das wäre geil so das Eisen nehmen wir auch noch mit komm mal zurück und dann treiben wir den Stollen voran sorry Leute aber ich muss zwischendurch mal ein bisschen minen und ähm morgen da stream ich mit Peter ja auch wieder abends denke ich mal wenn er das hier auch streamt aber ich glaube dann machen wir wieder drei Stunden Mining und Baustream und dafür muss ich mir mal irgendwie morgen einen Schlachtplantag so zurechtlegen was genau wir uns am besten craften ey weil sonst äh bringt halt gar nix ne also okay das hier das okay kann ich ja nicht aufheben die ganze Zeit schmeiß ich hier mal weg hier Kobbel okay hab ich gerade schon was liegen lassen ne nur Kobbelston so noch Redstone jawoll gib her aber ich bin auf der Suche nach Zinn Freunde Zinn und wenn ich jetzt hier gleich am Ende der Insel bin oh was ist denn hier ist hier eine natürliche Höhle ne auch schon irgendjemand gefarmt ne ich hier so in der Mitte aber hat die ganze Kohle liegen lassen die nehm ich auch mal mit so zack komm mal her wie viel Kohle hab ich ah 37 ist da auch schon wieder eine ganz nette Menge oh oh hier ist wieder nix drunter ja toll ey weißt du ich würde ja jetzt gerne da runter aber ich bin mir so unsicher ob mein wie lange mein Jetpack reicht ich bin total verunsichert was das angeht äh komm ich hier denn irgendwo raus so hier komm ich doch bestimmt raus hier sieht's so aus das ist auch einer von meinen Stollen hier glaube ich ist es auch oh so und draußen gut erst mal nach Hause fliegen und ein Jetpack laden weil sonst komm ich mir hier so komplett gelähmt vor irgendwie ich hab Angst seit ich hier runter falle und dann äh auf einmal alles Arsch ist ich mein ein bisschen Zinn hab ich ja auch gefunden das werde ich jetzt gleich mal direkt in den Ofen heizen in den Maserator ne Maserator da pack ich das mal nein so komm mal her lande mal schön sanft hier Maserator da kommt jetzt erstmal das Zinn rein hier ok das ganze scheiß Erz packen wir mal wieder hier rein so das hier hin so das Lapis nicht ich bin ja der Einzige der hier anscheinend Ordnung hält ne deshalb mach ich das jetzt hier so Dias ne meine Dias die behalte ich mal sind überhaupt meine Dias weiß ich gerade mehr ähm und was wollte ich überhaupt bauen ich wollte den hier bauen den Eisenhelmet mit dem mit diesem Teil so dafür brauche ich hier Kohlestaub Basic Circuits zwei Stück den Generator Eisenplatten neun Stück habe ich schon von den Eisenplatten und ähm dann brauche ich den Generator noch und hier genau diese Tin Item Casing und das isolierte Zinnkabel okay wie viele sind hier schon durch oh nix ach doch hier Crush Tin oh das soll er dann jetzt mal schön fertig schrubben hier damit ich anfangen kann da zu schneiden und zu hämmern so weil ich brauche ja einmal Kabel oder habe ich vielleicht noch Zinnkabel sogar irgendwo wahrscheinlich nicht ne ja ach doch guck mal Zinnkabel haben wir sogar geil wie viel brauche ich denn ich brauche drei Stück kann ich ja das Tin Item Casing machen äh Zinn Ingots so und nochmal dann habe ich schon mal zwei Item Casings noch einer müsste jetzt eigentlich in der Zeit fertig geworden sein los komm her so zack den Hammer dahin gekloppt und dann Zinn hier bam und dann hauen wir dann nochmal drauf und dann ist das schon fertig geil ne komm hebt das wieder auf okay dann machen wir die jetzt mal eben schnell fertig hier die Batterien das war ja so ne und dann was war da noch ach Quatsch ne so war da noch oben dann ja klar das Kabel Kabel Redstone und diese Dinger so zwei Stück habe ich nur wieso habe ich nur zwei ich brauche ein Tin Casing mehr oder was ja komm hier sind doch schon wieder welche fertig so das schlagen wir mal breit und dann schlagen wir nochmal breit dann haben wir erstmal welche zwölf Stück so zack zack ich brauche aber erstmal nur das hier so noch ne Batterie okay drei Batterien ach ich muss ja aus jedem jetzt so einen Generator machen also brauche ich acht Batterien insgesamt so eine scheiße acht Batterien alter so zack 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 äh jetzt habe ich schon mal fünf Batterien jetzt muss ich mir noch mehr Tin platthauen aber ich glaube fast da kommt nicht mehr viel mehr den und ob den vier und nochmal so was brauche ich denn jetzt noch Kabel aber ich habe nur noch eins da ist jetzt natürlich schlecht also kann ich mir nur noch diese eine Batterie machen so und eine hätte ich noch auf Halde quasi ne bis auf das Kabel so was kommt denn jetzt hier noch an Zinn raus daran entscheidet sich das Ganze jetzt guck mal er maiceratet immer noch das ist schon mal gut so der Hammer ist jetzt gleich auch Arsch jetzt ist er Arsch muss ich mir einen neuen Hammer machen haben wir denn dafür noch genug Eisen hier Eisen da Eisen so Stöcker raus äh Eisen Hammer gemacht ne so so dann haben wir Hammer können wieder da zurück die Zinnbarre nochmal durchgeklöppelt hat nochmal durchgeballert hier ach scheiße und ich wollte doch eigentlich ein Kabel machen dazu brauche ich doch nur einmal geklöppelte Sachen so den Hammer hebst du mal ganz zügig wieder auf ne und wie war denn jetzt nochmal äh äh das Rezept hierfür drei Zinnplatten äh drei Eisenbarren äh Platten mein Gott Platten drei Eisenblatten so war das so und so jetzt habe ich das dann kann ich eine Hitze schneiden für obwohl zwei wahrscheinlich eher für Kabel und irgendwo müsste hier noch Rubber drin liegen wenn das nicht auch weg ist der ist auch weg wieder von irgendeinem ey boah das nervt so hart ne dass du hier wirklich alle Sachen am Mann behalten musst sonst ist es einfach weg ey was ist denn hier guck mal acht Iron Furnaces die hätte ich ja schon mal nehmen können gerade so wo haben wir denn wo haben wir denn wir haben nichts mehr davon das ist blöd deshalb gehe ich mal hier Rubber Trees farmen so jetzt kriege ich doch mit Sicherheit auch einen Zeppling den stelle ich einfach genau an die gleiche Stelle weil ne dann weiß ich ja äh beim nächsten Mal wächst der wieder da und ich sehe gerade die Folge ist zu lang sorry Leute ich habe überzogen habe gar nicht auf die Uhrzeit geachtet tut mir wirklich leid und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal tschüss tschüss